Hallo, heute zeige ich euch den Feuerstick oder auch Feuerstift, der von der Marke Yeteng kommt, da drin ist ein Kompass, dann ist da noch Zünder mit Benzin, das klingt auch sehr doll, dann ist da ein Feuerstab und auch noch zum Abschreiben vom Feuerstab, damit da Funken rauskommen. Ich hole euch mal ein bisschen näher dran. So, ich tue jetzt den Benzin zum Nader rein. So sieht der aus. Ich leg die mal da hin. Ich denke mal, das wird zu reichen. So, jetzt mache ich das auf, wo dieser Schaber für die Funken ist und den Feuerstab, also halt für die... Und dann mache ich... So, und mache ich da jetzt ein bisschen drauf. Wenn da mal was abkommen würde, weggehen. Paar, man zieht das nicht. Oh, was hat die denn da? Wer will ein Marshmallow grillen? Was hat die da? Hat die das oder was? Ja. Oh, das stimmt. So, das war's mit dem Video. Liked, abonniert und kommentiert.